So, ich begrüße dich heute wieder hier zu diesem neuen Video von Bartline West und du siehst, es ist schon dunkel draußen hinter mir im Fenster. Es ist schon finster, wir haben es jetzt genau um 10, gleich um 10 Uhr und ich hatte gerade noch ein interessantes Gespräch mit jemandem und daraufhin habe ich gedacht, solange das jetzt alles noch frisch im Gedanken ist, muss ich dazu jetzt nochmal gerade schnell ein Video machen. Selbst saß ich jetzt gerade noch vom Monitor, habe mir gerade noch ein paar Charts angeschaut, noch ein bisschen gescannt jetzt für die Tage, immer alle Zeiteinheiten durch, weil ich bin ja in ziemlich vielen Zeiteinheiten unterwegs und habe mir einfach mal die besten Sachen schon mal so ein bisschen rausgesucht für heute. Hatte gerade ein Gespräch mit einem Kunden mal von mir und da ging es jetzt gerade mal um das Thema, weil der gerade in einer ziemlichen Verlustphase jetzt ein bisschen war und ich andere hatte, die momentan gerade extreme Gewinne eingefahren haben und deswegen habe ich das mal zum Anlass genommen, darüber mal ein Video zu machen und zwar einfach mal mit der Überschrift, kenne deinen Trowdown und werde erfolgreich im Trading. Das Thema mit dem Trowdown ist ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema. Es war jetzt einfach darum, dass du wirklich akzeptieren musst, dass du einfach Verlustserienphasen hast und dass diese vollkommen normal sind. Und das kann man eigentlich relativ einfach auch mal erklären, dass man das versteht. Das ist mir eigentlich immer ziemlich wichtig, einfach so zu sagen, ja, Verlustphasen kommen vor. Ja, okay, bestimmt schon tausendmal gehört, aber dass man das versteht, warum diese Phasen kommen, dass man das sich immer ein bisschen bildlich, finde ich, ist immer wichtig, ein bisschen bildlich sehen kann, warum das so ist, dass man sich hereinversetzen kann, weil dann, wenn man es versteht, fällt es einem leichter, das auch zu akzeptieren. Darauf habe ich auch gerade viel Wert damals zu meiner Handelsstrategie eben in den Videokurs gelegt, den Leuten das eben bildlich auch ein bisschen zu zeigen und wirklich zu erklären, warum das und das eben genauso ist. So, und ich erkläre das im Grunde eigentlich immer gleich und zwar, dass auch ich selber immer wieder mal Phasen habe und die sind überall und die hat jeder. Ihr kennt das, ihr guckt in den Chart rein und seht da irgendwie euer Setup und tradet das und irgendwie läuft das jetzt oder es funktioniert eben nicht. Und drumherum hat man aber auch öfter vielleicht am Tag oder in der Woche viel mal auch das Setup gesehen, wo es zum Beispiel oft funktioniert hätte. Vielleicht bist du gerade in der Woche jetzt mit einem Minus, irgendwie Minus 3, Minus 5% und hast aber mehrere Setups gehabt, die du eigentlich sonst auch tradest, die du aber gerade eben zu der Zeit nicht gemacht hast. Und das hätte irgendwie alles ausgeglichen oder vielleicht sogar ins Plus gebracht. Und dann hast du eben auch mal Phasen, wo du extreme Gewinner hast, wo du egal was, wo du denkst, ich könnte, egal was ich jetzt hier drücke, es wird immer komischerweise ein Profit, aber wenn du dir die Charts dann mal so anschaust und so andere Sachen, was noch die Woche war, stellst du fest, dass es auch viele Setups gab, die einfach in die Hose gegangen wären, die nicht funktioniert hätten, aber genau die hast du eben glücklicherweise nicht in dem Fall jetzt gemacht. Und dann in die große Masse ist eigentlich so das übliche eben die relative Mischung aus beiden. Wichtig halt hier, Gewinne müssen eben mehr sein, entweder größer sein über die Trefferquote oder sollten einfach höher sein. So, dann stellt sich halt jetzt die Frage einfach, was ist denn ein akzeptabler Showdown? Wann ist der Punkt erreicht, wo ich sage, ich mache hier irgendwas falsch oder es liegt an der Strategie oder es liegt an irgendetwas? Da muss man ja irgendwie mal abgrenzen können. Das kommt natürlich ganz immer auf deine Handelsstrategie an. Ich sage immer so, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt ein Kursziel zum Beispiel und einen Stop-Loss. Ich habe ja damals mal ein Video gemacht, auch auf YouTube, da ging es um den Würfel. Den hatte ich ja mit zwei Farben markiert und dem Video ging es eigentlich was anderes. Wie so ein Chart entsteht, kann ich gerne mal unten in die Videobeschreibung reinmachen, das Video. Schaut euch das mal an. Und zwar, wie ich halt den Würfel immer wieder rolle und jeder an dem, welche Farbe eben kommt, sind eben nur zwei, jeweils auf drei Seiten. Und markiere das dann in der Excel-Tabelle. Und daraus habe ich dann einen Chart gemacht. Das eine ist immer eins und das andere ist eben minus eins. Und dann entsteht durch diese Farben ein richtiger Chart. So, da ging es in dem Video damals darum, dass du genauso da Widerstand hast, Unterstützung, du hast Trends, du hast Blasenbildung, erbricht einen Trend in Punkt 3 und geht in die andere Richtung. Also man denkt wirklich, das ist ein DAX-Chart. Da ging es damals in das Video, viele wissen ja, wie ich darüber denke, dass das so ein Widerstand im DAX nicht heißen muss, dass das ein Widerstand ist, dass das jetzt da stehen bleibt. Oder wenn der gebrochen wird, entsteht da Bewegung, weil der Marktteilnehmer, oftmals ist es einfach nur ein dummer Zufall, weil das beweist einfach dieser Chart, den wir da hatten mit unserem Würfel, dass das genauso ausschaut. Weil die Frage ist immer, wenn du einen Widerstand hast, entweder bricht er und läuft an oder er bleibt eben stehen und dreht um oder er macht noch den Fail-Breakout und das ist sowieso alles dann sowieso zunichte. Er läuft rein, führt dich aus und dreht dann doch um und dann sagt, ja, es war ein Fail-Breakout. Nachhinein gesagt, okay, wenn man es dann sieht, aber in der Zeit hast du den Trade gemacht, der ein Verlierer war. Ja, so, deswegen ist dieses ganze Analysieren, Machen und Tun also relativ hinfällig eigentlich und braucht man da auch nicht mehr lange drüber reden, weil das hat einfach alles keinen Sinn und keinen Wert. Und das hat man einfach mit dem Würfel da auch mal schön gesehen, dass da genauso ein Chart entsteht und der sieht genauso aus. Du hast Unterstützung, Widerstände, wo er dreimal angedockt ist und Doppelboden, Dreifach-Top, was weiß ich, kommt bei einem Würfel genauso vor. Und deswegen kann man das eigentlich relativ vergessen. Um jetzt nicht vom Thema abzuschreiben, wie gesagt, schaut euch das mal in der Videobeschreibung und darum geht es eigentlich nochmal eben um so meine Handelsstrategie, wie ich eben trade, dass ich das eben nicht mehr so ansetze, da lange zu analysieren und zu machen und zu tun, weil es einfach Blödsinn ist und überflüssig ist. Und alle, die das machen und nicht erfolgreich sind, die werden mir jetzt gerade wahrscheinlich da sitzen und nicken und sagen, ja, du hast vollkommen recht, weil ich verdiene damit kein Geld. So, deswegen habe ich eben meine eigene Handelsstrategie entwickelt, die seit drei Jahren super funktioniert und das können, denke ich mal, alle meine Kunden auch bestätigen. Jetzt nochmal darauf zurückzukommen. Wenn wir den Würfel drehen, haben wir eigentlich immer eine 50-50-Chance. Und wir sehen eben auch, gerade in diesem Video, wo ich den Würfel immer werfe, dass man Phasen hat mit extrem vielen, sage ich jetzt mal, Gewinner und Verlierern. Also immer die eine Farbe oder die andere Farbe. Teilweise, ich weiß nicht, jetzt mal so irgendwas, so sechs, sieben, acht Mal am Stück kommt zum Beispiel jetzt Rot und dann hast du vielleicht bloß zweimal Blau und dann kommt wieder sechs Mal Rot. Und wenn man das dann mal sieht, dann kann man mal ganz schnell in irgendeine Richtung nach oben oder nach unten ausfallen, wo man irgendwie mit 10, 15 im Plus oder im Minus ist oder mit 20 und das, wo es nur 50-50 steht. Und das ist einfach der Punkt, wo ich sage, egal was ihr für eine Strategie verfolgt, wenn ihr irgendwie einen Stop-Loss habt, zum Beispiel nach einer 1%-Regel und ihr werdet zehn Mal mit Minus 1 ausgestoppt, dann ist das normal. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass der in die eine Richtung läuft, zu Plus 1 oder zu Minus 1, steht auch so 50-50. Und wenn man das sieht, dass das schon bei einem Würfel sein kann, dass solche Ausschläge kommen, dass es einfach zehn Mal Rot kommen kann auch mal hintereinander. Aber genauso ist die Wahrscheinlichkeit eben, dass auch wieder zehn Mal Blau kommt. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Man hat ja das wohl immer die Setups traded, die gerade passen und dann habt ihr mal eine Phase, wo eben die erwischt, die nicht passt. Obwohl die anderen auch da waren, die ihr aber blöderweise eben nicht gemacht habt. Und genau da sieht man eben schon, was da für Schwankungen drin sein können. Und wenn ihr das verfolgt, dürft ihr nie dann sagen, das funktioniert gerade nicht oder die Strategie oder ich erkenne es nicht richtig oder ich mache es falsch. Nein, es steht 1-1, es ist vollkommen normal. Die Schwankungen sind vollkommen normal. Die Schwankungen werden dann größer, wenn ihr höhere CRVs anpeilt. Wenn ihr zum Beispiel sagst, ich habe jetzt ein CRV von immer zwei, zum Beispiel, dann ist nämlich jetzt schon die Wahrscheinlichkeit zu zwei Drittel, dass es eher ein Verlust läuft und nur ein Drittel, dass es ein Gewinn läuft. Das heißt im Endeffekt, wenn ihr das genauso macht, wird das auch in eine Seitwärtsphase übergehen, wie mit dem Würfel. Du hast zwar Ausschläge in die eine Richtung, mal extrem weite, teilweise wie gesagt 10, 15, 20, aber eben auch in die andere Richtung. Auf tausendmal Würfeln wirst du dich trotzdem eine Nulllinie bewegen mit gigantischen Ausschlägen. Und das zeigt einfach, so musst du eben traden, du musst konsequent deine Strategie verfolgen. Und auch wenn du sagst, okay, ich habe jetzt ein CRV von 2, was ich anpeile, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ausgestoppt werden ist höher. Das heißt, ihr werdet euch immer noch sozusagen um eine Nulllinie bewegen, aber die Schwankungen werden jetzt noch extremer sein. Das heißt, je weiter eure Kursziele entfernt sind, wenn ihr generell sagt, manche machen das ja irgendwie, es muss immer 2 sein oder immer 3 sein, dann musst du damit leben, dass du enorme Throwdowns hast. Aber eben auch mal Phasen mit enormen Gewinnen. Und da musst du einfach für dich selber sagen, was ist für mich für ein Throwdown akzeptabel. Und danach muss deine Strategie anpassen. Das kannst du, wenn du gesagt hast, mit Kurszielen machen dann eben, je nachdem, was du eben für eine Strategie verfolgst. Oder du machst es einfach nach einem Prozentsatz. Wenn du sagst, okay, ich packe einen Throwdown von 20, 25% nicht, nach einer 1%-Regel, dann sagst du, okay, ich mache ein halbes Prozent bloß noch, weil da sind wir schon bloß noch bei einem 12er Throwdown. Was man dann verkraften kann. Das musst du eben für dich ausmachen. Und wie gesagt, was eine abrobte Handelsstrategie ist, kann ich dir, wie gesagt, nur meine nochmal ans Herz legen. In der Videobeschreibung ist immer noch der Link. Schau dir gerne mal die ganzen Videos dazu an, wo ich dir erkläre, wie ich dir unter Beweis stelle, wie wir das machen. Und dann kannst du dir das eben mal genau anschauen. Und wenn diese Strategie eben was für dich ist, dann kann ich dir, wie gesagt, die empfehlen. Dann kommst du mit in unsere Facebook-Gruppe rein, wo wir dann unter uns sind und unsere gegenseitig, unsere Setups posten. Und dann kannst du für dich entscheiden, wie viel Risiko will ich denn in diese Strategie investieren. Ein Prozent je Trade, was ich immer empfehle. Oder auch ein halbes Prozent ist genauso gut, gerade für den Anfang. Und dann wirst du sehen, du hast auch diese Drawdown-Phase und du hast Phasen, wo du enorme Gewinne einfahren wirst. Aber wie gesagt, das muss man eben bildlich mal sehen. Denkt immer mal an so einen Würfel. Wenn ihr den Würfel, dass es eben Phasen gibt, wo es eben auch mal bis 20 nach oben gehen kann, aber eben wieder 20 nach unten und langfristig wird das um eine Nulllinie euch bewegen. Aber es ist vollkommen normal. Das heißt, wenn ihr mal eine Drawdown-Phase habt, runterschlucken, konsequent weitermachen. Nicht an euch zweifeln, nicht an eurer Strategie zweifeln. Auch wenn ihr gerade sagt, ich habe eine neue und ich probiere die gerade aus, die habe ich mir selber irgendwie zusammen gereimt. Zieh sie konsequent durch. Auch hier teste diese Strategie. Einfach mal, kann ich dir auch nur empfehlen, unser Backtest-Tool, auch hier unten nochmal in der Videobeschreibung unten drin, haben wir ja dieses Backtest-Tool entwickelt, wo du einfach mit dieser Excel-Tabelle den Chart einfach mal komplett zurückgehst und einfach mal Step-by-Step über diesen Backtest eben die Strategie testen kannst und das so transparent, wie es nur geht mit Emotionen, wo einfach alles dabei ist. Und so kannst du wirklich mal an einem Wochenende herausfinden, ob deine Strategie eben funktioniert oder nicht. Das geht mit diesem Tool wunderbar, absolut perfekt und du hast sofort eigentlich ein Ergebnis. Funktioniert diese Strategie oder funktioniert eben diese Strategie nicht? Also das geht damit absolut wunderbar. Das kann ich, wie gesagt, jedem, der sich noch sucht mit seiner Strategie empfehlen, dass du das einfach mal mit diesem Tool verwendest. Einfach jedes Wochenende, immer wenn du mal Zeit hast, das eben dieses so manuell zu Backtesten und in dem Video dazu, zu dem Tool erkläre ich ja genau, wie du das eben machen musst. So, dass du das wirklich absolut transparent für dich selbst, ohne dich in irgendeiner Art und Weise zu bescheißen und du eben nicht weißt, wie es weitergeht, so wie es sein muss. Also nicht einfach einen Chart rein und irgendwie da drin suchen. Das beeinflusst ungemein. Man sieht immer das, was man sehen will und das funktioniert auch. Und so mit dem Tool kannst du das extrem transparent machen und dich eben selbst mit deinen eigenen Emotionen mal testen und dann eben schnell herausfinden, ob diese Strategie eben funktioniert oder nicht. Und ansonsten gern bei mir mal melden, zu meiner Handelsstrategie kann ich dir gern helfen. Und ansonsten, wie gesagt, hoffe ich jetzt, dass der ein oder andere das eben nochmal mit verstanden hat, wie genau du eben vorgehen musst, dass du eben diese Throwdown-Phase abhältst. Jetzt mach das gern selber mal mit einem Würfel, nehm dir mal einen, kleb da mal zwei Farben dran auf alle Seiten und würfel den einfach mal an und dokumentiert das alles mal an der Excel-Tabelle. Dann kriegst du auch dafür mal ein Gefühl, wie das eigentlich ist, dass das relativ normal ist, dass da irgendwie, wenn du würfelst, zum Beispiel auf einmal achtmal rot hintereinander kommt, wo du denkst, steht da 50-50. Richtig. Aber eben auch 50-50, dass irgendwann achtmal blau zum Beispiel kommt. Also musst du das so akzeptieren im Trading, dass du achtmal hintereinander einen Verlust-Trade machst, obwohl dein Setup da ist und das absolut perfekt ist und alles stimmt, ist das normal. Akzeptieren, konsequent weitermachen. Und dann wirst du definitiv auch erfolgreich im Trading sein. Genau, das war's schon. Den Gedanken wollte ich jetzt mit euch nochmal teilen, bevor ich das wieder alles so vergesse. Mache ich da immer kurzfristig gerne mal ein Video. Und jetzt, denke ich, ist für mich heute auch Feierabend. Ansonsten hoffe ich, konnte ich dir jetzt mit dem Video nochmal ein bisschen helfen. Wenn Fragen sind, gerne jederzeit bei mir melden. Ansonsten alles andere in der Videobeschreibung bedanke ich mich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend noch. Bis die nächsten Tage zum nächsten Video. Macht's gut, euer André. Ciao. So, danke fürs Anschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns doch bitte einen Daumen nach oben. Und wenn du weitere Videos sehen möchtest, kannst du direkt unter diesem Video einfach auf Abonnieren klicken oder bei deinem Smartphone auf Abonnieren und direkt danach Benachrichtigung aktivieren. Dann wirst du immer einer der Ersten sein, der unsere neuen Videos sieht.